hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren video auf meinem kanal heute geht es darum euch zu zeigen wie ihr ganz schnell die kürbismaske bekommt und jeden tag ganz schnell um die sie 50k durch die kürbisse bekommen könnt und wo ihr ganz schnell und easy zehn kürbisse sammeln könnt ihr auch kürbis nummer eins direkt im hintergrund das kürbis nummer eins der befindet sich hier oben an der tankstelle ist eine tankstelle da können sie auch da ist der erste kürbis wenn ihr den euch geholt habt dann könnt ihr auch direkt auch weitergehen ganz in der nähe findet ihr auch schon den nächsten kürbis ihr dann an der feuerwache 7 befindet sich dann der zweite kürbis er ist auch gar nicht so weit weg aber ich sage euch ja trotzdem auch gleich noch mal die location aufgrund der vollständigkeit halber zeige ich euch jetzt wo sich das ganze befinden wird und das ganze ist hier an der feuerwache und wenn ihr das gefunden habt geht es auch weiter direkt zu kürbis nummer drei kürbis nummer drei befindet sich dann hier in dieser kleinen einfahrt da müsste reinfahren das department irgendwas habe ich energie stoß bekommen und das ganze ist dann hier bei dem formel eins rennen da ist halt nur bis nummer drei kürbis nummer vier befindet sich dann hier in der straße könnte reingehen doch ein sehr sehr easy kürbis eigentlich sind alle ganz einfach zu finden hier ist kürbis nummer vier wie sagt let's go kürbis nummer vier da habe ich einen elektro shop bekommen und jetzt geht es auch direkt weiter zum nächsten kürbis und der nächste kürbis ist hier kürbis nummer fünf und das ist dann hier der kürbis in der straße befindet sich an dem netten haus einfach hingehen kürbis nummer fünf einsammeln und dann auch direkt weiter auch einen energiestoß bekommt direkt bei der kürbis nummer sechs da habe ich noch mal kurz den energiestoß abgewartet kürbis nummer sechs ist dann hier oben an der ecke das ist der sechste kürbis let's go hingefahren hingegangen und gegessen kürbis nummer 6 ebenfalls gegessen da habe ich geld bekommen let's go kürbis nummer 7 begeben wir uns auch an diese location hier diese ist auch hier ganz in der nähe deswegen wie gesagt es geht echt schnell kürbis nummer 7 hier bin ich zum tier geworden miau miau wir haben auch könnte auch werden piotis begibt es auch das war nummer 7 jetzt kommt hier nummer 8 das befindet sich dann hier ganz in der nähe auch hier auch bei in der häuser ich habe euch die karte wie gesagt gezeigt oder hier kürbis nummer 8 und dann haben wir auf jeden fall schon mal acht kürbisse dann geht es hier in dieser straße zum nächsten kürbis das ist kürbis nummer 9 den sammeln wir eben ein charakter was macht doch mal sammeln doch ja endlich ja ein bisschen eigenständigkeit hier gab es next und jetzt den letzten kürbis den wir täglich sammeln können und zwar kürbis nummer 10 befindet sich hier ganz eben ganz am ende der straße einfach eben hingefahren kürbis eingesammelt tag oder bekommt ihr dann einmal unten links die meldung dass wir halt noch mal für den kürbis das bekommt dann halt 50.000 gutgeschrieben und habt ihr die kürbis baske noch nicht dann dann bekommt es sie auf jeden fall die meldung dass ich die maske bekommen habt so sieht sie aus da befindet sich sie und welches gefallen hat dann lasst du gerne ein like dann habe ich erst mal raus und dann sehen uns im nächsten video oder nächsten stream und ciao